So Leute, mein Name ist Farid Gangbang, ich befinde mich gerade in Miami und werde am 5.7. extra nach Aachen einreisen und zwar in die Eissporthalle, wo ein großes Event stattfinden wird mit Kollegen Summer Jam, KC Rebel, Majo Yasko und mir natürlich und gemeinsam werden wir auf jeden Fall die Bühne hocken, also in diesem Sinne, kommt alle vorbei und ihr wisst Bescheid. Ja Freunde, bald ist es soweit, Line-Up des Jahres auf jeden Fall, 5.7. in Aachen auf dem Aachen Stand-Up. Majo Yasko, KC Rebel, Summer Jam, Farid Bang und natürlich meine Wenigkeit, Kollege der Boss, also wer da nicht kommt, der ist wirklich selber schuld. Freunde, kommt vorbei, ich hoffe wir sehen uns da, 5.7. Aachen Stand-Up, bis dann, Peace. Hallo meine Freunde, mein Name ist KC Rebel und diese Ansage geht raus für Aachen, weil ich bin am 5.7. da in der Eissporthalle und wir machen da Fett Party. Mit dabei Farid Gangbang, Kollege der Boss, Summer zu dem Jam, Majo Yasko und meine Wenigkeit. Also wie gesagt, 5.7. Aachen, komm vorbei, Eissporthalle. Was geht ab Deutschland? Viele Grüße aus dem sonnigen Los Angeles und zwar am 5.7. sind wir in Aachen in der Eissporthalle, 5.7. dann heißt es Stand-Up Aachen. Mit am Start ist Farid Bang, Kollege der Boss, Farid Bang, Kollege der Boss, KC Rebel, Majo Yasko, Summer der Hammer und und ich hoffe ihr seid alle mit am Start, weil wir werden Aachen abreißen. Bis dann. Ey Yasko, 5.7. haben wir Auftritt, ne? Eissporthalle Aachen. 5.7. Eissporthalle Aachen. Ganz kurz, Bruder, ganz kurz. Sag bitte nicht, dass es ein Freitag ist. Bruder, tu doch jetzt nicht so, als ob das seit gestern ist. Ist das ein Freitag? Ja, es ist ein Freitag. Boah. Was denn? Was ist jetzt los? Warum weiß ich nichts davon? Bruder, würdest du mich verraschen? Das steht schon seit einem Monat fest. Am 5.7. das ganze Wochenende über. Wollten nach Olle aus Schweiz kommen. Musst du das jetzt absagen? Bruder, was für Olle aus Schweiz? Hast du deine Texte gelernt? Bruder, was für Texte, Alter. Garantierst du mir, dass da Ollen sind, die besser sind als diese Olle? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, da werden Fotzen da sein. Es gibt nur einen Haken an der Sache. Das ist hier Casey, Summer, Farid und Kollegah sind auch dabei. Nicht, dass sie irgendwelche linke Aktionen planen und uns die Weiber wegnehmen. Aber ich hab einen Plan. Ja? Guck. Wir machen eine richtig dicke, fette Show für die Fans und die Weiber kommen dann von selbst. Bruder, nicht von selbst. Von selbst. Ich will dein Wort. Okay, du hast mein Wort. Ich zeig dir Bild. Nein, 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 Bruder, ich zeig dir gleich ein Bild von diesem Mädchen aus Schweiz. Okay, okay. Und wenn du sagst, da werden bessere Weiber kommen, dann lass mich auf den Deal ein. Okay, Bruder, aber lass diesen Finger bitte unten demnächst. Dann kommt der hier. Okay, das ist okay. Ansonsten sagt dir der Fotzei einfach, die Solle hängt. Hey, soll ich mitnehmen? Bring die mit. Boah, ich schreib dir auch VIP auf. Was für VIP, die soll bei Eventen sich ein Ticket bestellen? Bruder, wie soll ich meinen Tank bezahlen? Dann machen die das oder was? Scheiße auf die Fotze.